Hier, ihr seid hier wieder auf meinem Channel. Herzlich Willkommen. Wenn ihr hier auf dem Kanal noch nicht abonniert habt, noch nicht einen Daumen hoch gegeben habt, dann macht das jetzt. Was ist das, was ihr habt, was ihr habt, was ihr habt? Geil! Ich versteh nix über Geier, okay. Hallo, ähm... Hallo, Olivia. So... Wie geht's, ähm... Oliver, äh... Olivia, mir geht's gut. Und dir? Olivia, dein Video galoppieren. Das hab ich mal geliked. Und nächste Zuschauer ist hier, hallo. Gut. 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 ähm, Olivia? Ich habe eine Frage. Willst du Moderator werden? Oh, Entschuldigung. Olivia, du bist Moderator. Kannst gerne bei mir vorbeischauen. Aber nur, wenn du willst. Ja, und du, und du, machst du mich eigentlich auch abonniert. Ähm, Fritz Play, ja. Oh, Fritz Play, ja. Ja, schon, Fritz Play. Fritz Play, ja, ich habe dich abonniert. Hast du mich eigentlich auch abonniert? Marco, Poto, nix, derer. Ich habe dich abonniert, Fritz Play. Fritz Play. Es ist no fake. Weil der, was Abonnenten braucht, dem bin ich immer hilfbereit. Ich lege immer deine Videos. Ja, danke. Hm, das habe ich schon gesehen. Weil, wie ich jetzt angefangen habe, hast du als erster... Ich bin's, Account wurde gehackt, jetzt habe ich einen anderen Account. Ähm, könntest du mir gerne, ähm, einen anderen, könntest du mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich heiße hier... Erich Punsch. Ich schaffe es jetzt, okay? So. So, ich, ja, okay. So, kann ich später wieder klären? Mein Verwandter hat mich rausgeschmissen. Ja, okay, ähm. Äh, Bombe. Scheiße, ich glaube, ich kann nicht mehr einladen. Ich guck mal, okay. Warte. Ich guck mal, ob ich dich nochmal finden kann. Weil ich glaub nicht, dass ich dich finden kann und... Wieso, dich hätte jemand rausgeschmissen? Ah, nee, du bist von selber von Klang gegangen. Sozusagen halt. Nicht vorm rausgeschmissen, warte ich. Ich hab, ich hab diesmal... Warte. Odus nur richtigen, äh, guten Platz. Das war einer rausgegangen. Kajak... Zwei... So, schon, Olivia... Olivia, seit wann bist du schon draußen? Boogin... Boogin... Ticket... Äh... Olivia, ich kann dich nicht einladen, aber ich weiß, dass sich keiner rausgekickt hat. Ich habe nur gelesen, dass ich wäre, dass er rausgegangen ist. Marco King? Buh, geh in deine Garage. Ja, okay, ich rufe ein Taxi. Was? Muss ich jetzt hinfahren? Okay, ich rufe ein Taxi. Wo sind wir hin? Nee. Zu mir nach Hause. Okay, los geht's. So, Olivia, hallo jetzt schon wieder. So, Olivia. Olivia, du bist Vize. Was, backst du? Okay. Ey, Marco King. Ich glaube, ich brauche heute eine Shisha. Weißt du, wie? Kannst du mitmachen. Ähm, hallo, wer ist da in meinem Mikrofon? Hallo. Die Gehalte stammt und geh mal von meinem Stream raus, Mann. Die Gehalte stammt. 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 Warte mal. Wieso eigentlich, Olivier? Ich muss hier mal was einstellen. Ich muss hier mal was einstellen.